Ihr Vorschlag ist doch der Vorschlag, dass wir, ehrlich gesagt, wichtige Zeit verlieren. Wir kommen nicht weiter. Herr Kollege Lauterbach, eine letzte Frage. Gestatten Sie eine Frage oder Bemerkung der Kollegin Vogler? Das würde ich machen. Ja, ich würde sagen, die eine zugelassene von der Präsidentin erlaubte Zwischenfrage gut eingeteilt. Vielen Dank, Herr Kollege Lauterbach. Wir sind ja gemeinsam unterwegs für dieses Thema.